Hi Leute! Ich hatte schlaflose Nächte. Der Worstfisch. Der schlechteste Bot aller Zeiten. Er hat mich nicht losgelassen. Die Aufgabe ist es zu verlieren und ich habe es nicht hinbekommen letztes Mal. Ich habe nachgedacht. Ich habe schlaflose Nächte verbracht. Ich habe mir alle Eventualitäten bedacht. Und dann wurde mir klar, was mein Fehler war. Ich habe ihm zu viele Optionen gelassen. Ich muss ihn zwingen, mich mal zu setzen, denn das würde er ja nicht freiwillig machen. Und wie zwinge ich ihn? Indem er weniger Material hat. Das heißt, ich habe einen neuen Plan und den möchte ich heute mit euch testen. Ich fordere den Bot heraus zu 3 plus 2. Mein Ziel ist es, ihm fast alles wegzunehmen. Und dann ein Setup zu erzwingen, wo er im Zugzwang ist, noch ein, zwei Bauern hat und mit diesen Bauern mich matt setzt. Ich lasse ihm diese G- und H-Bauern. Ich versuche ihm diese G- und H-Bauern zu lassen, weil diese G- und H-Bauern sind zwei verbundene Bauern. Die kann ich vielleicht zwingen, dann vorzugehen und mich irgendwo in der Ecke matt setzen zu lassen. Ich nehme mir erst mal so ein bisschen was weg. Und, ah, das ist schon ein Schach von mir, das ist ein Schach. So, und versuche ihn dann matt zu setzen. Ich nehme ihm erst mal alles weg. und versuche ihn am Ende mit dem G- und H-Bauern zu zwingen, sich selbst matt zu setzen, durch Zugzwang. Also, alles andere wird hier abgegrast und dann wird der ganze Plan vollzogen. Ich bin schon nah dran am grundsätzlichen Setup. Das ist matt, wenn ich den jetzt nehme, das ist schlecht. Das will ich nicht. So, jetzt gehe ich erst mal nach hier. Jetzt habe ich ihn schon fast in, so, jetzt habe ich ihn schon in Zugzwang gebracht. So, und jetzt muss er die G- und H-Bauern vorbewegen. Und ich muss in der Zeit, vielleicht sollte ich ihn noch nicht in Zugzwang bringen. Denn wenn ich ihn jetzt schon in Zugzwang bringe, dann, ich stehe jetzt mal den Läufer nochmal weg. Ich muss jetzt ein matt Setup vorbereiten. Mein König muss da irgendwo raus. Er soll eigentlich noch nicht seine Bauern opfern. Das ist gefährlich. Seht ihr, jetzt habe ich ein Problem. Das wollte ich nicht. Jetzt hat er nur noch den H-Bauern. Und jetzt muss ich ein Setup finden. Wo er mich mit dem H-Bauern, ich muss ihn unbedingt blockieren. So, jetzt muss ich ein Setup finden, wo er mich später mit H4 irgendwie matt setzen kann. Das war schlecht. Ich hätte diesen Bauern blockieren sollen. Also, neuer Versuch. Wir machen das gleiche nochmal. Und ich versuche diesmal G- und H-Bauern zu blockieren, dass sie sich nicht opfern können. Ich gebe auf. Ich mache eine Revanche. Und ich versuche diesmal wieder zwei Bauern von ihm überzulassen. und versuche sie zu blockieren. Also, alles andere nehme ich ihm weg. Ist mir eigentlich egal, was er sonst so tut. Wo der König und sowas steht, das ist egal. Hauptsache, also, seht ihr, ich muss jetzt schon wieder aufpassen. Ich muss jetzt unbedingt diese Bauern essen. Als erstes sollte ich diese Bauern blockieren. So. Das mache ich als erstes erstmal. Er macht ja nichts. Er nimmt ja eh nichts weg. Der Springer soll nach H5. So, jetzt habe ich die beiden Bauern blockiert. Das ist gut. Jetzt kann es weitergehen. Mit Kommando alles wegnehmen. Nicht, dass ich ihn noch matt setze hier. Aus Versehen. So. Eigentlich will ich ihn ja... So. Und jetzt muss ich ein Setup finden, wo ich am Ende mit dem König... Ich müsste jetzt mal meine Figuren da hinten rauskriegen. Gott. Ich hochriere sogar. Wo ich mit dem König da hinten in der Ecke irgendwie matt gesetzt werde. Er soll dann den spielen. Und soll mich da hinten am Ende matt setzen. Am besten, indem er auf G7... Eigentlich sollen jetzt seine Bauern da auftauchen und dann soll er mich auf G7 matt setzen. So. Jetzt muss ich Zug zwangen. Ich hole noch den Turm ran. Damit ich ihn hier rüber zwingen kann. Ich will ihn jetzt da rüber bringen. Eigentlich... Es ist auch egal. Es reicht ja, wenn ich den König auf... ...auf... ...patt setze. Jetzt ist der König auf... ...patt. Er hat keinen Zug mehr. Jetzt muss ich ihm Züge geben. Wenn ich jetzt den Springer wegziehe, zieht er den vor. Wenn ich dann den Läufer wegziehe, zieht er den vor. Aber dann kann ich ihn nicht gleichzeitig zwingen. Ich kann ihn nicht zwingen, die Bauern nach H6 und G6 zu stellen. Das ist ein bisschen das Problem. Ja, ihr seht, ich habe noch ein kleines... Ich gebe jetzt mal das Schach, damit der König wieder Züge hat. Na, jetzt steht er doch wieder auf Pad, der König. Ich gebe noch dieses Schach. Jetzt kann er zumindest hier wieder rüber laufen. Also ich muss mir das nochmal überlegen, das Setup. Wenn ich den Springer wegziehe, ziehe ich den. Wenn ich den Läufer wegziehe, er muss ja nicht beide Bauern vorziehen. Ich sollte seinen König nach hier zwingen und dann H5 erzwingen. Ich glaube, meinen König muss ich besser... Mein König ist irgendwie nicht matt genug. Mein König ist hier hinten nicht matt genug. Ich muss noch mein Setup nochmal ändern. Ich versuche jetzt meinen König... Wie kriege ich denn meinen König nach... Ich müsste es mit Schach hier machen. Ich muss danach den mit Schach... Ich muss mal jetzt meine Dame wegziehen. Ich muss einmal den Turm wegziehen. Jetzt kann ich hier einen Schach geben. Es ist schon wieder Pad. Ich kann hier noch einen Schach geben. Und kann dann erstmal da unten rein. Jetzt habe ich es geschafft, meinen König. Ich will jetzt eigentlich meinen König nach da bringen. Müsste aber gleichzeitig auch... Da soll mein König gehen. Und da müsste ich den blockiert haben. Kriege ich dieses Setup hin? Er muss dann diesen... Das kriege ich nicht hin, dieses Setup. Wie soll das gehen? Wenn ich sobald ich meinen König wegziehe, spielt er H5. Ich muss ihn jetzt zwingen, nach vorne zu gehen. So, es ist ja schon in der Nähe. Er soll danach nach G4. Das heißt, wenn ich jetzt hier E4 spiele... Moment, ist er Pad. Er ist er Pad. Er soll ja später nach da. Ich gebe jetzt mal dieses Schach. Und wenn ich jetzt den spiele, spielt er halt H5. Das ist genau das. Ich mache jetzt mal den. Da muss ich aufpassen. Ich will mit dem König nach da. Und will seinen König nach G4 zwingen. Wie kriege ich das hin? Wie kriege ich ihn nach G4? Ja, Leute, ihr seht, ich scheitere, glaube ich, schon wieder. Ich scheitere schon wieder, obwohl ich eine tendenzielle Idee habe, wie ich mich hier matt setzen lasse. Kriege ich mein Setup so nicht hin? Ich muss noch mal ganz kurz überlegen, ob ich hier noch eine Idee habe. Er geht danach nach da. Und am Ende muss ja... Sobald ich diesen Springer wegziehe... Ich glaube, mein Setup ist einfach nicht gut. Ich gebe hier nochmal einen Schach. Jetzt geht er da raus. Ich kriege ihn einfach natürlich nicht nach... Jetzt hat er diese beiden Felder, wo er hin und her gehen kann. Ich kriege ihn aber natürlich nicht gezwungen, nach G4 zu gehen. Und das ist mein Problem. Ja, das sieht nicht gut aus. Ich kann nochmal den spielen. Jetzt versuche ich mal, mein Setup hinzubekommen. Ich habe mein Setup hinbekommen. Er hat mich hier durchgelassen. Das ist gut, Leute. Jetzt könnte ich eine Chance erwischen, dass ich ihn irgendwie nach G4 kriege. So. Und So. Jetzt ist er auf G4. Jetzt ist er auf G4. H5 ist gleich matt. H5 ist gleich matt. Das ist die Chance, Leute. Ich muss ihn noch ein paar setzen. Und da ist es. Ja. Ich glaube, es war nicht ganz erzwungen, aber ich habe es geschafft, Leute. Ich habe mein Setup geschafft. Kurz vor Ende des Videos. Schreibt mal, ob ihr es geschafft habt. Macht's gut, euer Schachbanner. Ciao. Vielen Dank.